Und wir sind zurück in das Spiel. So lange wie wir können. Ähm, Himmelsrass, genau da hin wollte ich. Ich kann ja von da noch woanders hin. Vielleicht sind die Sachen einfacher. Das gerade macht irgendwie nicht ganz so viel Bock. Das ganze Arbeit geht weiter, Lampbehrer. Lass Aureus' Wille gemacht werden. Die Beacons müssen verleihen. Hier ist der komische Chipsky. Da war ich noch weg. Was ist hier? Und dann bin ich hier. Wegen der coolen Aussicht. Ich bin noch gar nicht hier hinten rein, oder? Genau, ich bin noch gar nicht hier hinten rein, oder? Hier gibt's auch noch Leute. Ich sollte vielleicht erstmal alles durchsuchen, bevor ich irgendwo weitergehe. Ich verpasse bestimmt irgendwas. Oh, ist das Wichtiges. Okedok. Mit den Schlüsseln muss ich um ihn kaufen. Aber ich hab null Geld. F***** Herr. Hey, Mann. Ich bin noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht. Wir sind 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 noch gar nicht. Und Aureus weiß, dass wir genug haben. Wie Nathaniel sagt, du schaust nach hinten, du nicht die Blade kommt. Wir haben uns selbst eine Aufgabe, und wir haben ihn zu Ende. Ausführungsstelle. Wir haben ihn zu Ende. Womöse ein Stück hoch. Mornstedt ist eine Lande, wo man in Blut berührt. Womöse einen gewissen und nicht behritten. Wir haben ihn zu Ende. Mornstedt ist eine Lande, wo man in Blut berührt. Hingel mal, Aura der Beharrlichkeit, okay, what's that? Umgebt euch mit einer Strahlen Aura, die den erlittenen Schaden reduziert. Sind das Zauber, die ich immer wiederholen kann? Wollen wir mal kurz, so Check's nicht Wie kann ich denn zaubern? Ich brauche den Zauberstab. Ich brauche den Zauberstab. Oh, was ist denn Verschweinung? Oh, ich kriege eine neue. Ich brauche den Zauberstab. 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 Okay, das war's. Oh, okay, die sind auch alles nicht besser, das ist nicht besser, alles schlechte, schlecht, weil ich die Klasse wieder genommen habe. Die ins beste Ausrüstung hat. Oh, okay. Oh, okay. Oh, das ist gut. Schwert des blutroten Reaktors, so nahm ich denn das. Oh, ich hab auch ein besseres Schild, aber das kann ich wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das sind alles andere, die ich benutzen kann. Ne, doch, das kann ich benutzen. Okay. Okay. Ich will den Stock nicht verkaufen. Das auch nicht, das ist cool alles. Das kann ich verkaufen. Okay. 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 Vielen Dank.